Hochleistungsbremsen HLB von Rexroth verkürzt den Bremsweg, gewährleistet dabei eine optimale Fahrstabilität und verhindert ein Überdrehen des Dieselmotors. Die Demonstration mit einem Rexroth-Versuchsträger macht dies deutlich. Die erste Bremsung erfolgt ohne HLB aus einer Geschwindigkeit von ca. 34 kmh. Dabei steigt die Dieseldrehzahl während des Bremsvorganges sehr stark an, weil sich die gesamte Fahrzeugmasse auf dem Dieselmotor abstützt. Vergleichbar mit der Motorbremse beim PKW. Der Bremsweg beträgt etwa 23 Meter. Beim zweiten Versuch ist HLB aktiviert. Wieder beginnt der Bremsvorgang bei ca. 34 kmh, aber diesmal bleibt die Dieseldrehzahl im unkritischen Bereich. Außerdem verkürzt HLB den Bremsweg erheblich. Schon nach 13 Metern kommt das Fahrzeug zum Stehen. Ein patentierter Algorithmus nutzt beim Hochleistungsbremsen die Nullschwenkbarkeit der Rexroth-Hydromotoren gezielt aus und reduziert den Bremsweg dadurch signifikant. Im gezeigten Versuch um ganze 10 Meter. Neben dem verkürzten Bremsweg schützt HLB den Dieselmotor vor Überdrehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017